Das L in Linux steht für Leidenschaft. Das beweist die Geschichte des Betriebssystems Antergos. Antergos war einst, Jahr 2012, 2013, eines der beliebtesten Linux-Betriebssysteme weltweit, zumindest laut DistroWatch. Und die Philosophie hinter Antergos war es, Altes mit Neuem zu verbinden und zu verknüpfen. Bedauerlicherweise gab es dann ziemlich viele Probleme bezüglich der Kompatibilitäten. Und so wurde im Mai 2019 dieses Projekt Antergos leider eingestellt. Aber das Projekt ist nicht gestorben. Und jetzt kommen wir wieder zu dem L in Linux, welches für Leidenschaft steht. Denn die Fangemeinde von Antergos hat das nicht auf sich sitzen lassen. Und entsprechend ein Nachfolger gegründet namens Endeavor OS. Und Endeavor OS ist ebenfalls mittlerweile eines der beliebtesten Betriebssysteme auf distrowatch.org. Hier bei dem Ranking aktuell neben unserer ewigen Nummer 1. Du kannst ja hier oben mal auf das i klicken. Da habe ich auch die ewige Nummer 1 schon gereviewt. Und ja, Endeavor OS immer auf Platz 2, 3 und 4. Immerhin hin und her eines der beliebtesten Betriebssysteme. Und das gucken wir uns heute mal an. Also, schnapp die NT, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntags, Zeit für SonntagsOS. Und vorgestern, das war der 3. Dezember 2021, ist eine neue Version von Endeavor OS veröffentlicht worden unter dem Codenamen Atlantis. Die Atlantis-Version ist im Orbit. Und hier in diesem News-Blog sieht man auch dann schönes Artwork von Astronauten. Und es geht quasi ab ins Space, ab in den Weltraum. Gut, Endeavor OS basiert auf Arch Linux, ist ein Arch Linux, ist aber einfacher zu installieren, da der Calamaris Installer mit dabei ist. Also, man braucht es nicht in der Konsole installieren. Und ja, man kann es sich leicht herunterladen. Einfach auf Release, dann ein bisschen runterscrollen. Hier wird dann nochmal alles beschrieben, was alles dabei ist. Und dann hat man hier die Downloadliste. Ich habe mir das Ganze schon heruntergeladen. Ich habe hier einfach den Torrent geladen. Ich empfehle ohnehin bei Open-Source-Projekten, immer, wenn angeboten wird, die entsprechende Torrent-Datei zu laden und dann das Ganze über einen File-Sharing-Service herunterzuladen, wie zum Beispiel BitTorrent oder Transmission. Denn so werden die Open-Source-Server entsprechend entlastet. Gut, dann starten wir durch und wechseln direkt in die virtuelle Maschine. Ich habe die noch nicht erstellt. Und hier ist Endeavor-OS. Einmal auswählen. Es ist ein Arch. Weiter. So, wir nehmen hier ruhig eine ganze Menge mit rein. Ich würde sagen 8200. Das ist okay. 6 Kerne von meinem Kerne und die Festplatte. Da machen wir 60 Gigabyte. Das, denke ich, sollte dann ausreichen. So, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig geschrieben habe. Ende. Wo? Ja. Ja, genau. So ist es richtig geschrieben. Sehr schön. So, einmal hier und fertig. So, wir möchten ein UI-FI haben. Dann speichern. Die Festplatte und das CD-ROM-Laufwerk noch aktivieren. Und das war es auch schon. Los geht's. Es kann gestartet werden. Mit dem Start der CD werden wir hier nicht mit Grub begrüßt, sondern mit dem Lilo-Bootloader, so wie es aussieht. Und hier habe ich die Möglichkeit, jetzt schon auszuwählen, ob ich denn die NVIDIA-Treiber gleich mitladen möchte, wenn ich eine NVIDIA-Grafikkarte habe. Oder ganz normal die Open-Source ohne Endproperitäre Treiber, das finde ich ist immer eine sehr, sehr gute Idee, so lässt sich das Ganze dann auch auf NVIDIA-Grafikkarten dann ganz schnell einrichten und installieren. Ich habe eine AMD-Grafikkarte drin, deswegen brauche ich das nicht. Und da sind wir auch schon angekommen in der Live-Umgebung. Hier hat sich dann auch der Willkommens-Bildschirm geändert mit der kompletten Installationsanweisung. Das finde ich fantastisch. Doch bevor wir jetzt richtig loslegen, wie immer, möchte ich ganz fix noch die Auflösung mal einstellen. Sehr gut. So, sieht das Ganze dann schon mal schön aus. Also ich muss sagen, mir gefällt das jetzt schon. Also es ist ja wirklich unglaublich toll. Und hier haben wir dann auch den Willkommens-Bildschirm, wo wir direkt schon die Installation starten können. Hier gibt es noch einen Punkt, Update Mirrors. Das werde ich als erstes mal durchführen. Das sind die Spiegel-Server, wo die Pakete nachher runtergeladen werden. Und da möchte ich natürlich von vornherein gleich die schnellsten haben, sodass der Download nachher wirklich problemlos schnell läuft. Das ist aber nur jetzt für die Installation so. So nachher, wenn auf dem System selber, muss es dann nachher nochmal separat durchgeführt werden. So, das speichere ich jetzt ab. Und damit sind die schnellsten Mirrors in dem Paketmanager abgespeichert. So, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Einmal die Install Community Editions. Bei den Community Editions ist dann zum Beispiel der Fenstermanager BSPVM oder Sway dabei, wenn ich das dann haben möchte. Ansonsten gibt es noch eine sogenannte Basis-Installation ohne Desktop-Umgebung und ohne Fenstermanager. Also auch wirklich reine Textkonsolen-Installation, sodass ich das Ganze dann nachher später einfach alles nachinstallieren kann. Oder es gibt den regulären Installer. Und der bietet mir an, Online oder Offline zu installieren. Entweder Offline mit XFCE Desktop, mit Endeavor Theming quasi, also mit Endeavor Design. Oder eine Online-Installation, wo dann zum Beispiel KDE Plasma heruntergeladen wird, dann aber komplett ohne Design. Und das machen wir einfach mal. Ich gehe jetzt einfach auf Online. Und starte jetzt den Calamares-Installer. Einmal weiter. Wir sind in Berlin. Ich mache hier mal ein bisschen größer. So, das sieht fast richtig aus. Allerdings fehlt mir hier und hier noch eine Taste. Das sind die No-Dead-Keys. So, da sind sie auch schon. Dann einmal weiter. Ich nehme die komplette Festplatte. Swap brauche ich nicht. Und wir können EXT4 oder BTRFS. Das spielt gar keine Rolle. Ich nehme jetzt BTRFS und dann einmal auf Weiter. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mir auszuwählen, was ich denn installiert haben möchte. Das erste ist schon angehakt. Das sind im Prinzip die Basiskomponenten komplett mit Audio, Treiber, Parfums und so weiter. Dann habe ich hier die Möglichkeit, einen Long-Term-Support-Kernel, einen LTS-Kernel zu installieren. Der Kerne, der hier mitgeliefert wird, ist der aktuelle Kerne in der Version 5.15.6 und der LTS-Kernel ist dann 5.10.0. So, das brauchen wir aber nicht. So, jetzt haben wir hier entweder den XFCE 4 Desktop mit Endeavor OS-Thema oder ich kann hier KDE-Plasma komplett herunterladen und zwar in der blanken Version, also im Original-KDE-Design, Plasma-Design. Dann habe ich noch den GNOME-Desktop. Da kann ich mir dann alles inklusive der GNOME-Tools herunterladen. Dann gibt es den i3-Window-Manager. Das ist ebenfalls ein sehr beliebter Fenster-Manager. MATE-Desktop kennt man von Ubuntu MATE. Das haben wir auch ein Video von. Einfach mal hier oben auf dem i gucken, wenn ich daran denke, habe ich da ein i verlinkt. So, dann gibt es den Cinnamon-Desktop. Den kennen wir von Linux Mint. Habe ich ebenfalls schon ein Video gemacht. Linux Mint. So, was haben wir hier noch? Den Budgie-Desktop. Den möchte ich an einer anderen Stelle mal später vorstellen. Deswegen installieren wir den heute nicht. Linux Qt, auch diesen Desktop haben wir bereits schon in einem Video. Ich glaube, welches war es denn? Ich weiß es nicht mehr. Einfach mal oben auf das i gucken. Da ist ebenfalls ein Video, wo der Linux Qt-Desktop mit installiert wurde. So, der Printing-Support, der ist durchaus sehr wichtig, wenn du irgendwann mal vorhast, einen Drucker auch an deinen Rechner anzuschließen. Hier in der virtuellen Maschine brauche ich das Ganze jetzt nicht. Und wenn du ein HP-Gerät hast, also einen HP-Drucker oder Scanner, dann auf jeden Fall HP-Lib mit installieren. Denn so funktionieren dann alle aktuellen HP-Drucker und Scanner ebenfalls. Hier gibt es dann noch ein paar Tools, zum Beispiel ein Screen-Reader und vieles mehr. So, ich werde jetzt aber einfach mal Endeavor-OS-Theming installieren. Das finde ich nämlich sehr schön. Und Ach, ich installiere einfach beides, weil dann werden nämlich gleich die ganzen Tools hier noch mit installiert. Also wir nehmen XFCE4. Das sah für mich jetzt sehr schön aus. Und ja, dann machen wir mal weiter. Und hier kommt jetzt der Name rein. Der vollständige Name ist Typ. Benutzername Typ. Mein Rechner soll heißen Endeavor. Und ein schweres, kompliziertes Passwort für den Benutzertyp. Werden wir auch eintragen. Und einmal weiter. Hier nochmal die Zusammenfassung. Und dann gehe ich auf installieren. Diese Änderungen können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das ist auch in Ordnung. Und ja, während die Installation durchläuft, wird man hier mit einer schönen Artwork-Galerie beglückt. Kommen also wunderschöne Bilder zum Thema Endeavor-OS Atlantis. Und die Installation ist durch. Und jetzt kann ich den Rechner neu starten. Und hier bin ich im Grub drin. Sehr schön im Endeavor-OS-Design. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir starten einfach mal. Und da sind wir auch schon bei unserem Anmelde-Bildschirm. Erinnert ein bisschen an den Anmelde-Bildschirm von Ubuntu. So, einmal eingeloggt. Und hier sind wir auch schon drin. Jawohl, sehr schön. Und bevor wir loslegen, ändere die Bildschirmauflösung. Kurioserweise, auch wenn der Assistent hier schon fast oder nahezu vollständig auf Deutsch ist, ist die Bildschirmauflösung. Das, was vorhin auf Deutsch war, während der Installation, ist hier wiederum auf Englisch. Also da ist irgendwas ein bisschen durcheinander gekommen. Aber halb so wild. So, dann schauen wir mal. Das ist der Willkommens-Bildschirm. Wenn ich das jetzt hier... Oh, nee, das ist ein bisschen sehr groß. So, das muss aber so funktionieren. So, und im Prinzip finden wir hier auf dem ersten Reiter ein paar allgemeine Informationen. Zum Beispiel der Link zur Webseite, zum Wiki von Endeavor OS und Forum. Dann im Reiter nach der Installation finde ich perfekt, dass es so etwas gibt, dass die Ersteller von Betriebssystemen auch wirklich immer an sowas denken. Das Erste, was wir machen, sind die Spiegel-Server nochmal neu aktualisieren. Das ist ja das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte. Das ist wirklich wichtig, dass wir nachher bei Installationen und Updates und so wirklich die schnellsten Server bekommen. So, das ist auch in Ordnung. Jetzt werden die zehn schnellsten Server gemessen. Jawohl. Und die werden auch reingespeichert in diese Liste. Möchte ich das speichern? Einmal ja. Das geht aber nur mit Root-Rechten. Also Passwort rein und fertig. So, jetzt wo wir die schnellsten Spiegel-Server haben, können wir das System einmal updaten. Und er sagt, es gibt nichts zu tun. Ich bin up to date. Ist ja im Prinzip ganz klar, weil wir die Installation ja gerade durchgeführt haben. Und er hat auch die Pakete quasi frisch runtergeladen. So, Paket-Cache bereinigen brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, dann haben wir hier konfiguriere EOS Update Notifier. Hier habe ich die Möglichkeit entsprechend einzustellen, wann und wie oft mich Endeavor OS über Updates informieren soll. So, hier kann ich den Login-Manager ändern. Standard gemäß ist Lite-DM, so wie wir den jetzt gesehen haben. Wenn mir der aber nicht gefällt, kann ich zum Beispiel GDM, das ist der Anmelde-Bildschirm, der Login-Bildschirm für GNOME. Oder LX-DM kann ich einstellen. Oder auch SD-DM, das ist das, was KDE-Plasma auch verwendet. Aber Lite-DM gefällt mir sehr gut. So, Bildschirmauflösung habe ich schon geändert. Und hier kommen wir zu dem Endeavor OS Hintergrund. Und da gibt es nur diesen einen. Ja, das ist jetzt zwar nicht so üppig viel, aber ist okay. Der Bildschirm-Hintergrund gefällt mir sehr gut. So, aber hier gibt es noch Downloade mehr Endeavor OS Hintergründe. Dann machen wir das doch. Nennt sich Community Wallpapers und wird direkt aus dem AUR heruntergeladen, so wie es aussieht. Also es ist keine reguläre Installation von Pac-Man. So, jetzt möchte er wissen, das Passwort nochmal. Und ja, das war's. Einmal Enter. Und jetzt kann ich nochmal zur Endeavor OS Hintergrund Auswahl. Und hier haben wir jetzt die ganzen Hintergründe. In dieser Ansicht sieht es natürlich nicht sonderlich gut aus, weil ich würde schon gerne vorher sehen, was ich denn so habe. Deswegen gucken wir mal, ob wir hier bei Schreibtischeinstellungen die Hintergrundbilder haben. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Backgrounds, Hintergrund für meinen Schreibtisch. Einfach rechtsklick, Schreibtischeinstellungen. Und dann habe ich hier nämlich auch Hintergrundbild für meinen Schreibtisch. Da ist jetzt das, ja, Original Hintergrundbild drin. Aber ich gehe hier einfach auf andere. Und hier haben wir die Classic. Einmal öffnen. Okay, na, das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Ich werde das Ganze jetzt hier mal ein bisschen heruntersetzen. So, das ist Endeavor OS ARM Budgie und Cinnamon, Gnome, i3, LXCute, Mate, KDE Plasma und XFCE. Und dann gibt es viele, viele wunderschöne KDE Plasma Style Bildschirmhintergründe. Wirklich sehr, sehr nice. Das kenne ich auch. Das war, glaube ich, von der letzten Version. Das Standard Hintergrundbild. Sehr, sehr, sehr schick. So, das sind quasi die Classics. Dann gehen wir noch in die Community mal rein. Mal gucken, was die Community Hintergrundbilder so sind. Und ich nehme mal an, da geht es gleich auch um Weltraum. So, auch hier wirklich wunderschön. So, hier auf Beton. Das ist BSPWM. Jawohl, hier, na, BSPWM, genau. Pick your flavor. Wunder, wunderschön. So, und jetzt kommen wir hier zum Weltraum-Thema, zum Atlantis-Thema. Endeavor OS, a Terminal-Centric Distro. Dann auch hier der Space Shuttle. Dann haben wir hier noch einen Astronaut. Sehr gut. Und hier dann auch das Artwork, welches schon auf der Website zu sehen war. Für die verschiedenen Hintergrund-Auflösungen, Bildschirm-Auflösungen. Hier dann das mit dem Raumschiff. Wunder, wunderschön. So, und dann haben wir hier noch die Badges quasi. Die Aufnäher quasi für den Raumanzug. Wunderschön. Könnte ich stundenlang mir jetzt hier alle Bilder mal durchgucken. Aber das werde ich auch in Ruhe tun. Und ich empfehle dir, dass du das ebenfalls tust. Einfach herunterladen und mal Test installieren. Und dann guck dir einfach mal die wunderschönen Hintergrundbilder an. Hier haben wir zum Beispiel eine Hommage an Hell3000, glaube ich, heißt er. Oder ja, Hell3000, ne, aus dem Film 2001 von Stanley Krug. Stanley Kubrick. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach das Hintergrundbild. Das sieht sehr, sehr schön aus. So, machen wir weiter. Logs zur Fehlerbehebung. XFCE Vanilla Thema kann ich hier hin und her schalten. Das heißt, wenn mir das gesamte Endeavor OS Thema nicht gefällt und ich mein eigenes konfigurieren möchte, dann klicke ich hier einfach auf XFCE Vanilla Thema. Dann wird das Ganze auf Original zurückgesetzt. Und dann kann ich loslegen mit Konfigurieren. So, wähle bevorzugten Welcome Tab. Äh, okay, keine Ahnung. So, gucken wir mal, was der Assistent noch zu bieten hat. Das ist der nächste Reiter. Einmal das System Update und die Spiegel Server. Ähm, kann ich hier... Ah, okay, dann weiß ich, glaube ich, was Willkommens-Tab gemeint ist. Das sind dann diese Tabs. Entweder soll dieser Tab dann standardgemäß angezeigt werden oder dieser, dieser oder dieser. Das kann ich hier eintragen. Bevorzugte die Initialnummer ist die 2 dann. Und die 2 ist quasi jetzt nach der Installation. Und wenn ich jetzt hier die 3 zum Beispiel eintrage einfach, dann wird nachher bei dem Welcome wahrscheinlich dann der Assistent angezeigt. Da ist es auch schon. Genau, hier ist der Assistent. So, da gucken wir jetzt auch mal rein. Das heißt, wenn ich... Das sind die Tools für nützliche und tägliche Aufgaben. Man muss eines wissen. Arch Linux, auf das ja Endeavor OS auch basiert, ist ein sogenanntes Rolling Release. Das heißt, es wird... Es ist immer die neueste Software drauf. Und somit sind Updates quasi nahezu jeden Tag verfügbar. Und dieses... Dieser Assistent hilft einem jeden Tag, dass man zum Beispiel ein System Update einfach jeden Tag nach dem Start einmal hier draufklicken. Passwort rein. Beziehungsweise ist hier schon. Es gibt nichts zu tun. Fertig. System ist up to date. Das kann man dann einmal am Tag machen. Ich persönlich mache es nicht jeden Tag. Ich aktualisiere mein System vielleicht ein-, zweimal die Woche. Das reicht schon aus. Und hier kann man auch nach Arch Linux Paketen dann suchen. Falls ich ein spezielles Programm suche, öffnet er hier direkt die Arch Linux Seite. Und dann kann ich hier zum Beispiel ein Programm suchen, was ich denn brauche. Was haben wir denn an Linux Kernel so verfügbar? Einmal hier oben der Standard Linux Kernel. Und hier dann sämtliche Sachen, die noch mit dem Linux Kernel zu tun haben. Das war jetzt nur ein Beispiel. So, dann was haben wir hier noch? AUR Pakete. AUR ist das Arch User Repository. Das ist eine Abkürzung für Arch User Repository. Das heißt, hier befinden sich Programme drin, die nicht original in den Arch Repositories reingehören. Sondern die werden quasi von Nutzern, von der Community erstellt und dann in diesen Arch User Repository einfach hochgeladen. Das bedeutet aber auch, dass die Verwendung dieser Programme aus dem Arch User Repository ein Stück weit auf eigene Gefahr ist. Das heißt, Arch selber, also die Entwickler von Arch selber, bieten keinen Support für die Programme innerhalb des AUR. Die können also keine hundertprozentige Funktion entsprechend gewährleisten. Das sollte klar sein. Mit von der Partie im Arch User Repository sind zum Beispiel die NVIDIA Treiber. Zum Beispiel aber auch proprietäre Software wie Zoom, Google Chrome, Spotify ist mit drin, Teams. Ja, aber auch andere Sachen, die es zum Beispiel nur ganz speziell für Ubuntu zum Beispiel gibt. Ja, die dann aber ein Stück weit umgeschrieben wurden und die sind auch dann mal im Arch User Repository verfügbar. Ist ziemlich hilfreich. So, und dann haben wir noch hier Applikationskategorien. Und auch hier öffnet sich dann das Arch Wiki, wie man so schön sagt. Allerdings auf Englisch muss man halt schauen, dass man das ein bisschen versteht mit Englisch. Und dann kann ich mich hier komplett durch die ganzen Kategorien mal durcharbeiten. Achtung, hier werden dann auch direkt die Links zu den Entwickler, zu den Entwicklerwebseiten hier aufgelistet. So, dann, nächster Reiter ist Tipps. Tipps zur Paketverwaltung, AOR und Yay. Der Arch User Repository, auf den kann ich nicht einfach mit dem Standard Paketmanager zugreifen, sondern ich brauche dazu einen, ja, einen Helfer, ein Helfer-Tool. Und, ja, die zwei gängigsten Helfer-Tools sind einmal Yay und Paru. Und man braucht aber nicht unbedingt diesen Helper. Man kann AOR-Pakete auch manuell herunterladen. Dazu einfach den Link zum AOR-Paket entsprechend auf der Wiki-Seite den Link einfach eintragen, dann herunterladen, entpacken und dann mit der Package-List einfach, ja, entsprechend installieren. Ist alles ein bisschen aufwendiger, aber wie gesagt, es handelt sich dabei nicht um fertige Pakete an sich, die Arch zur Verfügung stellt, sondern es sind User-Pakete, User-Repositories. Ja, von der Community, von jeder hat die Möglichkeit, da seine Programme hochzuladen. Und damit ist das, sind im Prinzip die Arch-Repositories die umfangreichste Programmsammlung, die es überhaupt gibt. Also ich kenne persönlich von keinem anderen Linux-Betriebssystem oder Derivat, das so eine üppige Paketsammlung quasi, ja, zur Verfügung stellt, auf die man ganz einfach mit den hauseigenen Tools zugreifen kann. So, Hardware und Netzwerk, hier habe ich dann die Möglichkeit, mich zu belesen zum Thema Netzwerkinstallation oder sonstige Hardware-Infos. So wie es aussieht, sind das tatsächlich einfach Artikel, die ich dann entsprechend mir durchlesen kann, wie zum Beispiel auch für NVIDIA-Nutzer, was muss ich einstellen, wie muss ich was installieren oder auch persönliche Befehle, wo kann ich, wie, welche persönlichen Befehle abspeichern. Und da wird man hier weitergeleitet nach GitLab. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, in dem letzten Reiter, füge mehr Programme hinzu, noch zusätzliche Pakete schon gleich im ersten Klick hinzuzufügen, wie zum Beispiel LibreOffice. Welche Programme jetzt schon vorinstalliert sind, werden wir gleich sehen. Eine Firewall habe ich die Möglichkeit und einen Kernel-Manager. Bluetooth haben wir hier zwei Programme, Blueberry und BlueMan, die ich dann noch installieren kann. Ich kann nochmal hier nach Arch Linux-Paketen suchen oder nach AOR-Paketen. Hier werde ich dann wieder auf die Website umgeleitet. Und das ist im Prinzip der Welcome-Manager oder die, ja, die Welcome-Seite. So, dann einmal schließen. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so in dem Menü haben. Das ist ja das klassische XFCI 4-Menü. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich mache hier mal ein kleines bisschen größer, dann sehen wir das alles auch ein bisschen besser. So, und wir gehen mal hier oben in den Einstellungen. Hier kann ich zum Beispiel auch das Erscheinungsbild entsprechend anpassen. Zum Beispiel von ArcDark zum Beispiel. Damit, wenn ich das Helle nicht so mag, kann ich das Ganze auch noch weiter dunkel schalten. Es gibt dann auch noch AdWeiterDark. Das ist dann so der, ja, das etwas ältere Dark-Theme. Ja, ArcDarker ist, oder beziehungsweise ArcDark ist dann so ein helleres Grau. Oder, ja, ein etwas helleres Grau als das klassische Dark. Und das finde ich sehr gut für die Augen. So, dann habe ich hier noch, kann ich hier die Symbole noch umändern. Ich kann hier aber auch einfach welche hinzufügen. So, Schriften, hier kann ich dann meine normale Schriftart, das ist aktuell Note2Sans und Monospace für das Terminal, kann ich das Ganze dann hier auch einstellen. Und hier kann ich auch noch einstellen, wo die Knöpfe auch sind und, ja, wie sie angeordnet sind. So, machen wir mal weiter. Ja, ich möchte mich jetzt gar nicht so lange bei den Einstellungen hier auch aufhalten, weil es ist quasi bei fast jedem Linux-Betriebssystem ähnlich. Was haben wir unter Entwicklung? Es gibt Icon Browser und Vergleichen und Zusammenführen von Dateien, also Melt. Dann Resetto Bildbetrachter, Internet haben wir in Firefox schon vorinstalliert und von Ava hier einmal den SSH-Server und ein VNC-Server für den Fernzugriff auf andere Rechner. Unter Multimedia habe ich den Parole-Medien-Spieler, den kenne ich tatsächlich gar nicht, macht aber einen richtig netten Eindruck. Parole-Medien-Spieler, den gibt es tatsächlich schon seit 2009. Ansonsten Puls-Audio-Lautstärkeregler und noch ein paar Entwickler-Utilities. So, systemseitig gibt es dann noch den Update-Notifier, der mich dann darüber informiert, wann denn und ob denn Updates wieder verfügbar sind. Es gibt ein paar Terminals, wie zum Beispiel das XFCE-Terminal, aber auch UX-Term und X-Term. Unter Zubehör finde ich dann noch eine Archivverwaltung, den Taschenrechner von GNOME, den Galculator. So, dann öffnen wir doch einfach mal den XFCE-Terminal, denn Linux wäre nicht Linux, wenn wir nicht einmal mal das Terminal verwenden. Und wie man so schön sieht, ist das Ganze hier super so transparent. Und wir haben jetzt hier schon ein bisschen so rumgeklickt und ein paar Sachen schon geöffnet. Ich möchte mal wissen, wie flank denn das System jetzt wirklich ist, zum Beispiel mit htop. So, htop ist nicht installiert, also muss ich es installieren noch. Und das mache ich mit sudo pacman. So, und jetzt sind nicht etwa, wie man das hier denken könnte, so, was weiß ich, install oder so, das gibt es nicht. Das wird nicht funktionieren, sondern bei pacman ist das ein bisschen gewöhnungsbedürfnis. Also mit dem Flag Bindestrich S leite ich eine Installation ein und gebe dann hier einfach das Paket an, was ich installieren möchte und wir gucken mal, wie schnell das Ganze funktioniert. So, Passwort rein. So, Achtung und hier sagt er mir, ob ich möchte, ja oder nein. Ich sage ja. Fertig. In dem Moment, wo ich ja geklickt habe, war der schon fertig mit installieren. Und das ist ein unglaublich, ein unglaublich großer Vorteil von Pacman gegenüber zum Beispiel von dem App-Paketmanager von Ubuntu und Debian. Pacman installiert rasend schnell und das finde ich wirklich klasse. So, htop, einmal ausgeführt und hier sehen wir, sind jetzt 572 Megabyte, werden jetzt hier an Speicher verbraucht. Es ist quasi ja gar nichts viel vorinstalliert, was ich sehr, sehr gut finde. Ich würde jetzt das System einfach mal nochmal kalt starten und dann direkt htop nochmal öffnen, um zu gucken im frisch gestarteten Leerlauf, wie sich da der Speicher verhält. So, und neu gestartet, htop direkt gestartet, ohne irgendwas anderes zu öffnen. Und wir sind hier bei unter 500 Megabyte an Speicher und das ist wirklich absolut toll. Ja, also es ist super, super sparsam. Und wie du hier gesehen hast, es ist auch nicht sonderlich viel installiert. Das heißt, ich starte hier quasi mit einem wirklich frischen System und habe dann einfach die Möglichkeit, das zu installieren, was ich zu installieren brauche. Wie zum Beispiel, wenn ich einen alternativen Browser haben möchte, dann installiere ich den einfach. Wenn ich eine Office-Bibliothek haben möchte, installiere ich sie einfach. Die Installation selber läuft dann ganz normal ab hier über das Terminal, wie du gerade gesehen hast. Ein System-Update kann ich hier ebenfalls im Terminal durchführen und das sieht dann wie folgt aus. Auch wieder sudo pacman-s, um eine Installationsroutine einzuleiten. Wenn ich das Y hinten angebe, werden dann die Mirror-Listen einfach geprüft, ob Updates verfügbar sind. Und wenn ich das U noch hinten dran hänge, dann soll ein Upgrade gleichzeitig durchgeführt werden. Das ist der Befehl für ein System-Update. Das, was man beim Up-Paketmanager normalerweise mit sudo-update und sudo-upgrade macht, kann man bei Pacman einfach mit diesem kurzen Befehl durchführen. Passwort rein. Aber er ist schon durch. Es gibt nichts zu tun. Nun tun sich natürlich einige Leute etwas schwerer, um alle Sachen immer nur über das Terminal zu installieren und wünschen sich eher eine grafische Oberfläche. Auch das kann ich natürlich vollkommen verstehen und das ist auch überhaupt kein Problem. Es gibt diverse grafische Oberflächen für die Arch-Paketverwaltung. Ziemlich bekannt und beliebt sind zum Beispiel PAMAC Dann Octopie Aber auch Discover Und Gnome Software zum Beispiel. Discover ist die grafische Oberfläche oder das ist das Software-Center von KDE Plasma. Und auch Gnome Software wäre dann das Gegenstück von Gnome. Der Vorteil von Discover und Gnome ist, dass hier Flatpacks mit dabei sind. Das heißt, ich kann über Discover und Gnome Software auch dann Flatpacks installieren. Das funktioniert bei PAMAC und Octopie nicht. Da ist aber ein anderer Vorteil, denn über PAMAC und Octopie können auch Arch-User-Repository Programme installiert werden, was wiederum bei Discover und Gnome Software nicht funktioniert. Ich werde jetzt ganz einfach mal zwei Sachen installieren. Einmal PAMAC und Gnome Software. So, ich mache das Ganze einfach wieder mit sudo pacman-s und dann sagt er mir hier auch schon, hey, nee, ist nicht, ist nicht verfügbar. Das liegt daran, dass PAMAC nur im AUR, also im Arch-User-Repository verfügbar ist. Deswegen mit Pfeilen nach oben das Ganze nochmal aufrufen und ich nehme jetzt einfach, yay, den Helper für den Arch-User-Repository und lade dann entsprechend PAMAC hierüber runter, ebenso wie das Gnome Software Center, was ebenfalls nicht in den regulären Pacman-Repositories verfügbar ist. So, die Pakete wurden jetzt heruntergeladen, wurden kompiliert und installiert. Das hat ein kleines bisschen gedauert, aber so ist das bei den Arch-User-Repository-Programmen. So, ich mache jetzt mal Exit und dann schauen wir uns jetzt mal die beiden Sachen an, die wir heruntergeladen haben. So, und zwar finde ich die einmal unter System. So, es gibt hier einmal Software und das ist quasi das Gnome Software Center. Ich sage ja. Das Ganze wird jetzt hier erstmal vorbereitet beim Erststart. Und hier habe ich dann das Gnome Software Center, so wie wir das auch normal von Gnome kennen. Hier einfach eine Kategorie öffnen. Das kann beim ersten Start alles eine Weile dauern, ehe das Ganze dann geladen ist. Und hier kann ich dann entsprechend durchschauen, was ich denn haben möchte. Zum Beispiel hier der Atomeditor. Und hier ganz oben rechts sehe ich dann auch die Quelle, die verfügbar ist. Entweder zum Beispiel steht hier Flatpack, so wie hier. Oder auch Arch Extra, Arch Community. Also je nachdem aus welchem Repository das Ganze dann kommen soll. Und das finde ich ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. So, das ist das Gnome Software Center gewesen. Und die Alternative ist dann das Arch eigene Software Center namens Parmak. Das ist ein bisschen rudimentärer. Hier sehe ich dann beim Durchstöbern schon mal, was schon vorinstalliert ist. Wie zum Beispiel hier der Firefox in der Version 94. Das ist auch eben sehr gut, dass ich hier auch schon sehe, welche Version ich installiert habe. Hier habe ich dann zum Beispiel die Möglichkeit GIMP zu installieren. Da wird man dann hier die Details angezeigt. Und der zeigt mir dann auch an, von wo er das installieren möchte. Hier zum Beispiel aus der Paketquelle Extra. Und ja, wenn ich zum Beispiel ein Programm installieren möchte, hier aus dem Parmak. Zum Beispiel Neowim. Einmal hier. Dann kann ich hier einfach drauf und gehe auf installieren. Sage ganz unten übernehmen. Dann zeigt er mir an, welche Abhängigkeiten noch nachgeladen werden. Und ja, das klicke ich dann auch alles an. Wähle. Passwort rein. Und kurz abwarten. Übernehmen. Und dann ist er auch schon fertig. So einfach ist das Ganze. Wenn ich jetzt auf Starte drücke, dann öffnet sich das Standard Terminal und Neowim wird sofort gestartet. Das ist aber dadurch, dass Neowim oder Wim generell ein Textkonsolenprogramm ist, kann ich Neowim natürlich auch hier über die Konsole so starten, indem ich hier einfach NWim eintrage. Und dann öffnet sich das natürlich auch. Soviel zur Installation von Programmen. Eine Kombination aus beiden aus dem GNOME Software Center und eben aus Parmak ist immer sehr, sehr gut. Dann hat man so auch eine viel größere Auswahl. Endeavor OS ist designtechnisch mit einer der schönsten Betriebssysteme, die es auf dem Markt so gibt. Und nicht ohne Grund ist Endeavor OS auf den Distro Watch-Rang ziemlich weit oben anzufinden. Endeavor OS eignet sich hervorragend für Leute, die keine Berührungsängste haben, was Neues zu lernen. Komplette Newbies, wie man so schön sagt, also Leute, die von Null auf Linux umsteigen möchten. Für die ist Endeavor OS eher nicht so gut geeignet. Es sei denn, derjenige ist hoch motiviert, komplett sich neu umzudenken, neu zu strukturieren und mal was komplett Neues zu lernen. Denn das Abenteuer, was man mit Endeavor OS erleben kann, ist wirklich sehr, sehr vielseitig und sehr, sehr spannend. Und daher finde ich die Analogie zu der Weltraummission, zum Thema Atlantis und dem Space Shuttle, was ja im Prinzip das gesamte Design auch so ein Stück weit das Artwork ausmacht, finde ich tatsächlich sehr, sehr passend, weil das beschreibt so ziemlich gut die Reise, die ein Endeavor OS Neunutzer dann auch ein Stück weit durchmacht. Ja, das Abenteuer, die Lust, was Neues zu erleben, ferne, unbekannte Welten zu ergründen und einfach auch ein bisschen auszuprobieren. Dabei wird man auch nicht allein gelassen, denn es gibt eine wirklich sehr, sehr große, tolle Community im Internetforen, Wikis zum Thema Endeavor OS und auch Arch Linux an sich. Allerdings sei auch hier gesagt, Englisch ist ein Stück weit Grundvoraussetzung. Ich weiß, das passt einigen meiner Zuschauer nicht so ganz. Ich habe da schon einige Beschwerden gekriegt, dass ja die Linux Community viel mehr alles auf Deutsch machen müsste, um eben neue Nutzer heranzukriegen. Ist halt schwierig, wenn Communities sich international zusammensetzen und gemeinsam an einem Projekt arbeiten, dann müssen sie sich gemeinsam auf eine globale Sprache eben einigen. Und wenn ein Spanier, ein Niederländer und ein Inder zusammenarbeiten, warum sollten sie sich für Deutsch entscheiden als Sprache? Sondern die werden sich erstmal auf Englisch einigen und alles erstmal als Grundsprache Englisch entsprechend auch aufbauen. Und ja, und es steht dann jedem frei, sich mit in das Projekt einzuhängen und mitzuwirken, um zum Beispiel die komplette Oberfläche und auch die Anleitungen auf Deutsch zu übersetzen. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017